Hallöchen und Willkommen zu Let's Play League of Legends. Ja, wir spielen Ranked. Kha'Zix auf unserer Top-Lane. Baldo Hate Loop, der gerade keine Verbindung hat. Hier, der hier, ist unser Jungler, Amumu. Dann haben wir Fiddlesticks auf der Mid-Lane. Tristana als ADC und meine Wenigkeit als Leona als Support. Auf der Gegner-Lane, auf dem gegnerischen Feld, whatever, haben wir Timo auf der Top-Lane, Kata im Dschungel, Zack in der Mid-Lane, Zack im Dschungel, Morgana als Support und das müsste, glaube ich, Vayne sein. Ich schau mal eben bei LoL-Nexus vorbei. Ja, es ist eine Vayne. Ja, wir spielen Bronze 3, Bronze 3, Bronze 3, Bronze 4, Bronze 4. Das ist unser Team, so von Kha'Zix bis Leona. Ja, ich bin Bronze 4 mit 46 Punkten. Das ist nicht schlecht. Im Gegnerteam haben wir dann Bronze 3, Bronze 3, Bronze 4 und noch zweimal Bronze 3. Ja, nicht schlecht. Ich bin im Übrigen der klassische Fieder. Ich hoffe, das ist halt so. Und, ja. Schauen wir mal. Ja. Dann mal los. What? Ich weiß nicht, ob man den Sound so gut hört. Ich drehe da mal ein bisschen was hoch. Besser. Zu mir. Willkommen in den Luft der Bespörer. Hm. Okay, Tristana ist auch da. Das ist gut. Wir haben eine Morgana. Das ist gut. Äh, Moment. Falsch. Das ist... Das ist... Mehr oder weniger gut. Denn... Normalerweise mit Blitzcrank zum Beispiel... Gehe ich davon aus, dass hier jemand sitzt. Und, äh... Aufpasst. Und da kann man sich mit Blitzcrank hier hinziehen. Hier hinstellen. Und dann... Einen über Graham und Töten. Was teilweise sehr lustig ist. Das ist dann ein First Blood. Meistens. Und das ist halt einfach lustig. Das macht Spaß. Ähm. Joa. Leona ist ein recht starker Champ, finde ich. Also, mir persönlich macht es auch Spaß, Leona zu spielen. Ich würde jetzt... Danke. Mal die Sachen ändern. Ah. What? What? What a different place. Ah, ja. Was? Nein! Man ordet nicht da. Nein, 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 nein. Was? Oh, God. Ich darf nicht fallen. Hier, Rot ist allerdings... Oh. Cutter ist... Top Lane. Dann haben wir Timo Mitte. Okay. Hello. Vayne ist da. Okay, sind alle da. Alle sind da. Alles ist wunderbar. Ah, vielleicht. Mal schauen. Was? Sie hat... Oh, Gott. Sie hat die Dinke jetzt vorher geskillt. Hallo. Tschüss. Na gut, das war jetzt nicht unbedingt das Effektivste. Aber... Ich werde euch beschädigen. Ich werde euch beschädigen. Das Problem ist, wir können gerade nicht engagen. Wow, Morgana. Wow. Zielen wir nochmal. Steht da relativ out of position. Ah, jetzt nicht mehr. Nein. Wow. Wow. Geflasht? Wieso... Ups. Wieso flasht man für sowas? Ich verstehe manche Menschen nicht. Ich warte mal eben auf dem Pod. Und los geht's. Hat jemand den Jungler von denen schon? Ja gut, der wurde schon irgendwo gesehen, okay. Wie sieht's mit den Creeps aus? 13 gegen 12, ah okay. Waua Mumu, was ein Fail Gank. Ich hab... Waua Mumu, wau. Das geht immer wieder auf. Ben ist erst Level 3. Du, nice. Das geht's. Das geht's. Das geht's. Das geht's. die passiv von zack vercheckt scheiß dreck und alle sind tot am wu hätte auch was machen können noch anstatt da ja ich warte die 25 gold nicht ab die schuhe das sich jetzt glaube ich nicht glauben die anderen haben auch noch keine schuhe das jetzt kann ich dann 21 ok tristana führt momentan im farben das ist gut und da ist die ulti von viertel nice bringt ihm aber nichts oh nein kann sich sein cutter gegrillt wow der start ist aber echt hart also echt lange hier hat sie geworden das ist halt ein problem gerade ja 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 mach kaputt da ja 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 Du 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 du. Dann renne ich. Oh, Junge. Einer tot. Nächster kriegt Timo. Oh, Wayne ist auch hier. Auf der Welt beginnt. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Oh, was ist das? Was macht ihr alle in unserem Jungle? Ich bin tot. Jupp. Be-dadded. Was treibt ihr da alle? Was zur Hölle ist das? Was ist das? Mo follow? Okay. Falls das no heißen sollte. Was zur Hölle, ey. Was machen die da? Ich checke es nicht. Jetzt gehen die Schuldzuweisungen los. Mimimi, du hast gefeedet. Nein, Mimimi, du hast gefeedet. Ah, verdammt. Ich hätte mir mein Trinket kaufen können. So. Erstmal worden. Nicht, dass ich jetzt, dass wir jetzt hier umgebracht werden. Immer wachsam. Ah, okay. Go go tower ranger. So. 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 Das war ne schöne Kombo. Reingehen. Ulti tot. Gut. Gut job. So. Dann verschwinden wir hier. Dann verschwinden wir hier. Also wir haben nen Tower und wir haben zwei Kills. Ich denke mal, das ist soweit. Okay. Ah, was kaufe ich mir, was kaufe ich mir? Ich kaufe erstmal das hier. Ah, komm schon. Auf das. Den Panzer. Den Mantel. Okay, Vayne ist in der Mitte. Weshalb auch immer. Kata ist auch da. Hi Kata. Tschüss Kata. Mal. Ah. Oh, okay. Oh. Ah. Oh, und. Juhu, oh tschüss Das war knapp Und dumm Vor allem dumm Verdammt Das war so klar Dass sie drauf springen will Ja und wenn keiner da ist um den Kill zu nehmen Ich nehme ihn gerne So, nach dem Panzer werde ich mir Ein Sunfire Cape glaube ich holen Tristana Jump Jawohl Timo kein Flash Jawohl Und der ist tot Was Nein daneben Ich bin doof Schlagt mich Ich bin doof Ich bin doof Ich bin doof Okay, Zeke hat einen Doppelbuff, für uns Semi. Nein! Und ich setze die Ulti daneben. Diese scheiß Pilze. Schlimm. Aber mir gefällt, dass ich schon relativ viel Life habe. Sag ich mal. So. Ja, ja. Komm her, Junge. Komm, Junge. Kaputt. Wow. Die hätten mich so einfach töten können. Sie hätten nur drauf gehen müssen. Na ja. Was willst du machen? KZX deaded. Schnell. Gut Job. Und jetzt verschwinden wir hier. Ich habe den kompletten Drachen getankt, glaube ich. Weniger gut. Das ist eine sehr gute Idee, dass ich das aufrüste. Aber das werde ich jetzt nicht machen. Weil ich will mir jetzt erst das Sunfire Cape holen. Dann kann ich die Linse aufrüsten. Wow. Nein, daneben. Wieso habe ich das Gefühl, dass Fiddlesticks gerade reingegangen ist? Wieso bescheuert hat? Leute? Wieso hilft mir niemand? Ich hatte einen Blutrausch? Oh, drei Kills. Okay. Ähm. Ey, Leute. Was wird das hier bitte? Jetzt ernsthaft? Was wird das? Das ist jetzt gerade. Warte. Wow. Also das ist, äh. Okay. Nicht, dass es immer etwas ausmachen würde oder so. Also, äh, ne. Aber. Äh. Ich bin voll verwirrt gerade. Dache in vier Minuten. Los, heunum. Mit EP. Hey, Timo. Cutter sollte jetzt. Genau. Möglichst verrecken. Irgendwo ist hier dieser. Okay. Deaded. Den Panzer habe ich auf eins. Ist gut zu wissen. Hi. Und da wurde ich gerade gestört. Oh Gott. Fiddle. Okay. Wir haben den Tower. Ist schon mal nicht schlecht. Cutter. Was zur Hölle. Ich meine nicht, dass ich was dagegen habe, aber, äh, irgendwo ist das ungebot für Bronze, dass es so abgeht. Ja. Also, das ist ehrlich, äh. Ja. Also, ich bin überrascht angenehm. Soll ich mir rumgarts? Ne, keine Ahnung. Was an All-Back-Plus ist so unverständlich. Wie sieht es eigentlich farbentechnisch von den AECs aus? 101 zu 111. Ja. Da waren Schwums. Immer wieder auf. Ich habe gesagt, in einer Minute. Und nicht jetzt. Ihr seid Idioten. Aber okay. Was treibt ihr? GG. Ace? Nö. Okay, da ist Dingens. Ich muss echt die Linse kaufen. Also die, äh, Office. Weil dann hat Timon ein Problem. Spiels fliegen ihn mir rein. What? Tutu,... Tustana, plș. Wir brauchen hier gleich jetzt zu malzen, jetzt haben wir ein Problem. Okay, perfekt. Wenn du da durch den Busch rennst, bist du... Timo ist ja schon hart, aber als AP-Timo ist das richtig brutal. Hallo! Isaac! Oah, Leute! Ey, wir können das sogar noch verlieren. Nein, ich glaub's nicht. Wie viel brauche ich? 930. Ja. Timo-Face checken ist, glaub ich, nicht die geilste Idee. Was zur Hölle geht da? Was treibst du? Geh weg! Überlebt er nicht. Es ist so gut wie vorbei eigentlich, inzwischen. Es war zwischendurch verdammt genial, aber... Oh, der schon wieder. Oh, hi Cutter! Boom! Tschüss Cutter! Ich kann mir jetzt nämlich mein Sunfire Cape holen. Als erstes werde ich die Linse ausbauen. Gegen Timo ist das unendlich wertvoll. Gibt's eigentlich noch das Oracle? Nö. Gibt's auch noch die Elixiere eigentlich? Ich weiß das gar nicht. Tatsache, gibt's immer noch. Aber nicht mehr Oracle. Schade. Oh, cool. Boah. Amo-Modettet? Attacke! Verdammt. Boom! Hehehe. Das gefiel mir. Äh, Double? Cool. Hehehe. Nice. Nice. Arsch. Und ich bin terminiert wahrscheinlich wieder, ne? Ja. Nochmal 500 Gold bekommen. Äh. Nicht gut. Okay. Ich hab die Linse. Das ist gut. Und das kaufe ich mir. Ich glaube ich kaufe mir das hier. Vor allem wegen der Magieresistenz da drauf. Es sind halt vier Appeler gerade im Team. Wie viel? Oh, Tristana, was tust du? Oh, Tristana, bitte. Was? Hast du einer der Birne? Ah, das war schlecht von mir. Ah, das war schlecht von mir. Wetten, die machen Barron. Die machen auf jeden Fall Barron. Oh, doch nicht. Nice. Nein! Daneben! So. Ah, Mumu. Morgana hat keinerlei Priorität. Sehr schön. Dann kann er da zu. Hat keiner einen Slow. No. 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 I'm out. No. 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 T comedy. Better. Und. Ich bin tot. Nö. Wieso fokussen alle Morgana? Was soll der Rotz? Ich bin tot. Geh weg da. Du kannst da nicht rein. Carter killt dich. Ja, oder Timo. oh man leute bitte ich meine es ist auf jeden fall ein interessantes spiel aber ich habe doch keinen bock schon wieder zu verlieren so schauen wir mal der flash war so gewastet nope i'm out na die hatten gar den angel das ist ziemlich gg so na kata wird jetzt gleich rein jumpen wahrscheinlich da ist kata haupt ist natürlich jetzt relativ schlecht zweieinhalbtausend und die zweieinhalbtausend gold her so das home guard das nächstes randruins nein lieber das hier lieber das frozen heart frozen heart kann nämlich wenn ein bisschen stoppen oder 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 ein randruins das wäre trotzdem eine idee also überlegung wert ich habe dich gesehen timo komm das war doch sowas von offensichtlich dass das eine falle war oder nein so fucking knapp junge du kriegst timo nicht gut wenigstens das merkt er also merke im late game sind wir besser aber ich gehe um meine base ich glaube ich brauche eher mehr ap schutz was haben wir denn da schönes ist nichts besonders gutes mensch ist eine idee ja mensch ist sogar eine relativ gute idee glaube ich und dann ignoriere ich den ersten slow oder den ersten stun oder den ersten was auch immer tristana wird truscht oder junge oh gott und er jumpt und tristana ist tot nice ist wie 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Blöde Idee Cutter Problem ist, ich habe gerade kaum noch Mana Ne, weg Diese Vayne Es nennt sich Sacrifice Ich habe mich da gerade mal eben geopfert Ich weiß nicht ob ich das so mache Aber Wieso geht man low life Ohne Schaden Ohne Tristana Einen Baron killen Das funktioniert so nicht Weil Tristana da unten rumgurkt Ich bedau mich noch 24 Sekunden tot Das ist relativ schlecht Haben wir jetzt gemerkt, dass sie Baron machen können Weiß ich nicht Mal schauen Mal schauen Mal schauen Mal schauen Mal schauen Mal sagen Am tief Mal schauen Mal schauen Wenn ich schließe zusammen Aufsüüüüüühh Nein Nicht gut. Nope, nope, nope. Junge! Töte Vayne! AHHHHH! AHHHHH! Wieso bin ich schlecht? Es sind alle. Also irgendwo... Achja und... Der Rager wird reportet. Na oder auch nicht. Ja, Riot Deku mir. Jaja. Tristana, ohne Guardian Angel gehst du nicht gegen eine Vayne. Ja, von mir aus. Ja. Ähm... Ja. Jetzt könnte man die Münze brauchen. Äh... Und ich dimensiere das Amulett des Aufstiegs auf Deutsch. Auf Deutsch. Also... Das Support Item Münze komplett aufgewertet. Ja. Komm Kata! Komm Kata! No one cares. Go, go. No one. No one more. No one cares. Also... GG! No one cares. What a game. Himmel Naja Ich hoffe es hat euch gefallen Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bis dahin